hallo zusammen willkommen zu meinem neuesten video heute machen wir mal ein video für unsere werkstatt profis und zwar geht es hier um dieses schöne teil das habe ich kostenfrei von meinem großhändler bekommen um euch das zu zeigen und zwar können wir damit in dem fall für apple iphones starten oder also laden ja nicht sondern als akkuersatz sozusagen aber wie das jetzt funktioniert das zeige ich euch jetzt hier in diesem video wir haben immer wieder die situation in der werkstatt dass wir ein iphone zum beispiel rein bekommen jetzt hier in dem fall mal ein iphone 6 als beispiel wo wir schnell wissen wollen ob jetzt der akku das problem ist oder nicht jetzt kann man natürlich hingehen neuen akku einbauen aber die profis unter uns wissen die akkus die wir so der werkstatt haben die sind ja auch nicht immer alle so geladen und dann muss man gucken und da habe ich eine möglichkeit gesucht die fehlerquelle so gering wie möglich zu halten dass wir also auf jeden fall sofort wissen wir haben strom auf dem board oder nicht und da hilft uns dieses schöne tool problem bei dem tool das möchte dazu sagen aber es sollte den werkstatt experten ja dann vielleicht doch kein problem sein wir müssen ein bisschen löten wir haben hier die möglichkeit solche pinne anzulöten beziehungsweise die stecker die passenden anzulöten und die müssen in der tat mit vier connect connected also vier kontakte heißt es ja so müssen wir hier an die einzelnen kabel angelötet werden ich habe das jetzt hier auch schon mal gemacht einmal für iphone 6 und 6s das schöne in dem set ist alles dabei was man so braucht wir haben ja auch die möglichkeit dann hier solche fähnchen anzukleben damit wir dann leichter und schneller sehen im alltäglichen leben welches iphone wir jetzt hier gerne starten wollen da sind auch schrumpf hülsen dabei die habe ich hier dann auch nachdem ich die ordentlich angelötet habe habe ich kontrolliert ob die kontakte eventuell kürzen haben da habe ich mit einem multimeter getestet und dann nachdem alles okay war habe ich dann die schrumpfmaske schrumpf hülse so heißt er darum gemacht ja das ist so ein bisschen da hat der liebe gott erst die arbeit davor gesetzt oder in dem fall der liebe großhändler den link zum großhändler wo das bekommen könnt das seht ihr natürlich nachher gleich in der video beschreibung so zusätzlich zu dem ganzen braucht ihr natürlich einen ein labornetzteil was soll ich dann den adapter den wir dabei bekommen mit strom versorgt wir haben jetzt hier auch ein handelsüblichen handelsübliches labornetzteil von fellemann das ist aber mal so eine mittlere qualität aber man kann hier sehr präzise alles genau einstellen warum ein labornetzteil hier geht es darum dass ich in der lage bin jede einzelne ampere oder voltzahl ganz genau zu steuern damit wir natürlich am ende auch kein kurzschluss erzeugen in unserem telefon dann ist die frage die wir uns natürlich gestellt haben wie nähern wir uns denn jetzt an die voltzahlen man kann jetzt auf jeden fall schon mal den hinweisen folgen die wir hier auf den aufkleber haben und das ist schon mal ganz sinnvoll hier steht nämlich drauf dass wir maximal mit 4,5 volt sozusagen hier laden dürfen jetzt haben wir hier vergleichsweise den iphone 6 akku und da kann ich auch mich orientieren und kann hier feststellen dass dieser mit 3,82 volt das telefon speist sozusagen das heißt also die angabe 4,5 zu 3,82 ich würde sagen dass eine toleranz die können wir gut durchaus gelten lassen ich habe aber selber jetzt hier nur mit 4 volt eingespeist das ist so der also meine schmerzgrenze bei neueren telefonen da können wir mit sicherheit auch schon mal höher gehen oder müssen wir vielleicht sogar höher gehen denn ich habe festgestellt haben wir hier nicht genug strom drauf gegeben dann bekommt das telefon hier ein boot loop so wie wir es von schwachen akkus kennen manchmal sind ja boot loops tatsächlich nur ein indiz dafür dass der akku einfach die leistung nicht mehr bringt und ich habe jetzt hier auch vorsichtig mit der ampere zahl gearst der holt sich aus meiner sicht bin allerdings kein tiefgehender elektroniker holt er sicher die ampere die er braucht und wir sehen das gleich auch wenn wir es anschließen wir haben hier sehr viel starke schwankungen die hier wird dann angezeigt wie viel ampere tatsächlich abgenommen werden ich habe hier allerdings jetzt maximal auf 0,9 die aktuellen netzteile das kann man auch als indiz heran nehmen die laden bis 2,5 ampere und 5 volt sogar das sind aber dann natürlich netzteile die den akku speisen jetzt haben wir vergleichsweise hier ein altes ipad ladegerät ladegerät beziehungsweise netzteil das ist noch ganz human das ist so dermaßen sparsam unterwegs das war früher so bei den ipads da kommt im prinzip vom output 0,5 ampere nur raus und maximal aber 5,2 volt so das liegt daran natürlich dass die auch eine lade elektronik haben die das laden regeln aber wir regeln ja hier den akku also wir laden den akku in dem fall geben wir den strom direkt aus bord das heißt wir haben keine toleranzen oder wir haben auch keine elektronik die uns jetzt hier das ganze sozusagen puffert das heißt wir müssen hier wirklich genau aufpassen die profis unter uns werden das sicherlich dann wissen welchen strom ich hier reingebe laut hersteller von diesem schönen chinesischen teil haben wir hier allerdings auch eine gewisse elektronik beziehungsweise intelligenz verbaut aber wie gesagt da würde ich auch immer vorsichtig sein also hier soll angeblich die original batterie simuliert werden hier sollen dann im prinzip auch verschiedene pegel ausschläge und so weiter simuliert werden das ist im grunde genommen alles sehr schön wir brauchen es ja tatsächlich nur um zu schauen ob das telefon auch startet beziehungsweise ob es dann am akku liegt oder nicht und einmal die alle schön verlötet sind die natürlich sehr praktisch ich habe jetzt hier wie gesagt den anschluss von dem von dem 6 g und dem 6s und 6 plus die haben den gleichen connector und den kann ich jetzt hier connecten zusätzlich könnte ich wenn ich wollte auch den dock mit anschließen das spare ich mir aber für meine funktionstest sondern ich schließe hier in der tat nur den dass das iphone an und gibt dann den strom hier mittels dem extra taster dafür auf das telefon und kann es dann ganz normal starten so wenn das telefon dann gleich los startet dann sehen wir natürlich auch ob wir den richtigen strom vergeben haben wie gesagt das sind nährwerte solltet ihr als profis da gute erfahrungen haben oder mir sogar hilfreich zur seite stehen wollen dann schreibt doch bitte unten in die video kommentare wie ihr das mit den einzelnen stromzahlen haltet also wie viel wird wollt oder wie viel ampere ihr da rein gibt damit wir im prinzip gemeinsam sozusagen davon partizipieren können ich habe jetzt hier die erfahrung gemacht haben wir jetzt hier zu wenig ampere ich hatte also hier vorher mal mit 0,5 experimentiert dann kommt es gar nicht hoch genau das gleiche bei zu wenig volt das reicht dann im prinzip nicht ja also da wären wir euch echt für tipps dankbar dass wir uns da gegenseitig helfen wie gesagt schreibt es einfach in die video kommentare und in der zwischenzeit ist das telefon auch gestartet das konnte man ganz gut erkennen und jetzt haben wir hier in der tat dass wir hier 62 prozent angezeigt bekommen ich konnte jetzt schon beobachten dass das hin und wieder mal hin und her hilft vielleicht ist das ja dann diese sogenannte battery data simulation wer weiß das schon solltet ihr da mehr informationen zu haben ich habe jetzt leider keine weiteren informationen hier vom hersteller dann dürft ihr die natürlich auch gerne in die kommentare schreiben für mich ist die verwendung so wie wir sie jetzt hier brauchen ideal ja weil wir haben wir haben öfters telefone die komplett tot hier ankommen und so hat man natürlich schnell die möglichkeit hier die funktion zu prüfen ob es der akku ist oder ähnliches weil wir selber auch keine größere borddiagnostik machen wir machen zwar umfangreiche wasserschadenbehandlung und ähnliches das ist kein problem aber sobald bauteile auf dem auf dem bord beschädigt sind da haben wir partner für ja das heißt wenn ihr euch die mühe machen wollt die einzelnen adapter sozusagen auch anzulöten und eine schnelle möglichkeit haben wollt das ganze in der werkstatt zu betreiben das ist eine kostengünstige sache wir haben hier ich glaube das hat so um die 70 euro gekostet der adapter kostet um die 30 euro im normalen normalfall also von daher muss ich sagen dann hat man mit 100 euro hat man sich viel arbeit gespart wenn viele telefone reinkommen und wir wollen da eben mal gegen gegen checken wo ist das problem dann haben wir natürlich damit optimal das problem gelöst ja das war es dann schon mit dem video ich würde sagen sollte euch das video gefallen haben freue ich mich über einen daumen hoch habt ihr den kanal noch nicht abonniert dann natürlich jetzt die zeit dafür bis zum nächsten mal tschüss